ja ist denn heute schon weihnachten bei screen professional es sieht so aus unsere sim 2 projektoren sind gekommen und was soll ich sagen ich kann es kaum erwarten die alle auszupacken zu testen und nacheinander in schönen videos vorzustellen weil was haben wir hier wir haben zweimal nero 4s das flackschiff mit 6000 lumen dann zweimal crystal 4 sh einmal in schwarz einmal in weiß xtv in dem fall jetzt hier die variante desktop für aufs möbel draufstellen ganz oben haben wir auch noch einen projektor halter von sim 2 speziell angepasst für die schweren projektoren wie hier den nero ja all das bald bei screen professional auf dem youtube kanal wer es noch nicht abonniert hat und das nicht verpassen will jetzt ist der moment dafür die glocke nicht vergessen dann gibt es auch eine erinnerung bis bald